In das grüne Buch trägt er alles ein. Was er wissen muss, tutieren, ob sie groß sind oder klein. Tief im Wald, ob und der ganze Steck. Die Tülle liegt in Nr. 5, der sich hier entdeckt. Er weiß genau, was euch gefällt. Kommt in den ordentlichsten Wett! Hey Tüftel, alles klar? Ja, sicher. Was machst du da? Ich wandle, wie es in der alten Zeit üblich war, auf den Spuren großer Wissenschaftler und schreibe mein Lebenswerk, die Enzyklopädiea Tüftellensis. Enzy-was? Enzyklopädiea Tüftellensis, ein umfangreiches Werk über alle bekannten und weniger bekannten Tierarten. Aha, sowas wie mein grünes Buch. Ja, ein bisschen. Aber mein Werk wird noch viel umfassender. Es wird ein wissenschaftliches Glanzstück. Jetzt mach aber mal halblang. Tüftel, du weißt doch gar nichts über Tiere. In der Zeit mit dir habe ich genug gelernt. Jetzt zum Beispiel beschreibe ich gerade die Entstehung der Schildkröte. Und wie ist sie deiner Meinung nach entstanden? Die Gattung der Schildkröte entstand vor Millionen Jahren in den Untiefen der Meere als Meeresschildkröte. Weil es ihr dort aber zu nass war, kroch sie schließlich an Land. Das ist doch Quatsch, Tüftel. Es war umgekehrt. Die Landschildkröten gingen irgendwann ins Meer. Das steht doch so in meinem grünen Buch. Warte mal. Da bin ich aber gespannt. Und? Was steht da? Ähm... Da steht nichts. Das Kapitel Meeresschildkröte hab ich noch gar nicht geschrieben. Na bitte. Ja trotzdem. Die Landschildkröte ging ins Meer. Beweise es. Das werde ich tun. Und ich weiß auch schon wo. Im Sea Life in Konstanz, Tüftel. Bis gleich. Äh... Wow. Das ist ja super hier. Wie im Pazifik. Ohoho. Oh. Hey. Ha. Ein Hai. Oh, den kenn ich. Die schwarzen Spitzen. Das muss ein Schwarzspitzen-Riffhai sein. Und ein Rochen. Oh. Wusstet ihr, dass Rochen und Haie miteinander verwandt sind? So ein Rochen ist quasi ein plattgedrückter Hai. Aber, äh... Wo sind die Schildkröten? Oh. Ah. Das ist der Sven. Was macht der denn da? Oh. Ja. Hallo Sven. Du kommst hoch? Okay. Hey. Ich warte hier auf dich. Oh, wie schön. Da kommt er ja. Hallo Sven. Hallo Olli. Was machst denn du hier? Na, ich suche dich. Aber, was hast du denn gerade dem Becken da gemacht? Bei den Haien? Ich putze die Scheibe. Du willst doch was sehen, oder? Ja, hast du gut gemacht. Alles blitzblank sauber. Aber das, was ich sehen wollte, habe ich trotzdem noch nicht gesehen. Was wolltest du denn sehen? Ich suche die Meeresschildkröten. Ich möchte mit dir ein paar Fragen klären. Sieh mal dort. Oh, wow. Die sind aber schön und so elegant. Das sind unsere grünen Meeresschildkröten. Gibt es denn noch andere Arten? Also vielleicht blaue, rote oder lila Meeresschildkröten? Das nicht. Aber von den 313 Schildkrötenarten leben sieben im Meer. Darunter auch die größte Schildkröte überhaupt. Wie? Größer als die Riesenschildkröte? Das geht nicht. Und ob das geht. Die Lederschildkröte wird bis zu 2,50 Meter groß und 700 Kilo schwer. Oh, das ist ja ein Riesenbrummer. Sag mal, gibt es eigentlich in jedem Meer Meeresschildkröten? Nein, nicht in jedem Meer. Meeresschildkröten mögen es warm. Sie sind in tropischen und subtropischen Gewässern zu Hause. Dort, wo es auch im Winter nicht kälter als 20 Grad wird. So mag ich es auch am liebsten. Alles unter 20 Grad ist eher was für Eisbären und Pinguine. Außerdem ist es in warmen Meeren immer so schön bunt. Du, und wie Meeresschildkröten dort leben, das sehen wir uns mal an. Glasklares warmes Wasser, leuchtende Fische und Korallen. Meeresschildkröten wohnen sehr gemütlich. Trotz ihres dicken Panzers schweben sie schwerelos durch ihren Lebensraum. Am liebsten wäre ich auch eine Meeresschildkröte. Die Meeresschildkröten haben ein tolles Zuhause. Schwimmen die eigentlich immer zu? Es sieht so aus, als würde sie das kein bisschen anstrengen. Das strengt sie auch nicht an. Das Meer ist ihr Lebensraum. Sie sind perfekt daran angepasst. Sieh mal genau hin. Was fällt dir auf? Meeresschildkröten haben Flossen. Und der Panzer ist flacher als bei Landschildkröten. Genau, er ist strommilienförmlich. Mit diesen Flossen und diesem Panzer können sie perfekt schwimmen. Sie können sogar bis zu 25 Kilometer pro Stunde erreichen. Wow, so schnell wie ich mit meinem Fahrrad bin. Aber einen Nachteil haben die Meeresschildkröten. Sie können ihren Kopf und ihre Flossen nicht mehr in den Panzer einziehen. Wie die Landschildkröten. Brauchen sie wahrscheinlich auch nicht. Wenn einer was will, schwimmen die ganz schnell weg. Seht mal. Abgeflachter Panzer und zu Flossen umgebildete Beine. Die Meeresschildkröte ist perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Sie kann super schwimmen. Trotz ihres riesigen Körpers gleitet sie geschmeidig durchs Wasser. Das sieht fast aus, als ob sie fliegt. Die bleiben ja ewig unter Wasser. Haben die Kiemen wie Fische? Nein. Um Luft zu holen, müssen sie an die Wasseroberfläche. Aber sie können bis zu fünf Stunden lang tauchen. Fünf Stunden ohne Luft zu holen? Ob ich das auch kann? Warte mal. Nee, ich schaff das nicht. Wie machen die Meeresschildkröten das? Ein Zaubertrick? Sowas ähnliches. Sie reduzieren ihren Stoffwechsel. Zum Beispiel beim Tauchen schlägt ihr Herz nur sehr, sehr langsam. So verbrauchen sie weniger Luft. Sag mal, fressen die am Ende auch noch unter Wasser? Ja Olli, je nach Art und Lebensphase fressen sie Tintenfische, Quallen, Krebse und Krabben. Und die grünen Meeresschildkröten? Was fressen die? In jungen Jahren Fischeier und Tintenfisch. Später weiden sie in Seekrasswiesen. Und was gibt ihr ihnen hier im Sea Life? Komm mal mit, ich wollte sie sowieso gerade füttern. Au ja. Sieh mal. Tintenfisch und Fisch? Dann sind die beiden also noch jung. Ja, sie sind Teenager. Sie sind ungefähr sieben Jahre alt. Deswegen bekommen sie Fisch, aber auch das hier. Salat. Na dann wollen wir die beiden mal nicht länger warten lassen. Aus der Hand in den Mund. Die Teenager-Schildkröten lassen sich gerne von Sven füttern. Auf Salat und auch auf Brokkoli sind sie ganz wild. Die Leckerbissen landen einfach vor ihrer Nase. Und die zwei jungen Damen müssen nur noch zuschnappen. Gehen Meeresschildkröten wirklich nie an Land? Auch nicht, um mal eine richtige Wiese anzuknabbern, statt immer nur Seegras zu futtern? Meeresschildkröten gehen nie an Land. Außer die Weibchen. Und sie tun es zu einem speziellen Anlass. Die Weibchen? Moment, ich weiß es. Die gehen an Land, um die Eier abzulegen. Machen sie das wie die Landschildkröten? Also verbuddeln sie ihre Eier? Ja, genau. Die Weibchen kehren immer wieder an den Strand ihrer Geburt zurück, auch wenn sie dafür bis zu 4500 Kilometer schwimmen müssen. Warum legen sie ihre Eier nicht einfach irgendwo ins Wasser? Ja, die Meeresschildkröten haben keine Kiemen. Ah, und müssten im Eier trinken. Logisch. Also so eine Eierplage, die will ich jetzt aber mal sehen. Gemütlich hat sich die Meeresschildkröte im Sand abgelegt. Mit ihren Hinterbeinen buddelt sie ein Loch. Das ist Schwerstarbeit. Dann lässt sie ihre Eier in die Grube purzeln. Sie sehen aus wie kleine Tischtennisbälle. Bis zu 100 Stück legt eine Schildkröte in das Erdloch. Nochmal kräftig schnaufen. Das Loch schnell wieder zuschieben, damit die Eier vor Fressfeinden geschützt sind. Und ab geht's zurück ins Meer. Sag mal Sven, die Schildkröte geht einfach wieder. Wer brütet denn dann die Eier aus? Das macht die Sonne. Und das macht sie gut. Sie ist auch dafür verantwortlich, ob es mehr Männchen oder mehr weibliche Schildkröten gibt. Bitte was? Wenn es kühler ist, werden es mehr männliche Schildkröten. Wenn es wärmer ist, werden es mehr weibliche Schildkröten. Das ist bei den meisten Echsen so. Toll. Aber wenn die Kleinen geschlüpft sind, was machen die dann? Die sind ja unter der Erde. Da wartet in der Tat ein ganz großes Stück Arbeit auf sie. Sie müssen sich erst freibuddeln. Das kann zwischen zwei und vier Tagen dauern. Puh. Und dann geht's zurück ins Meer. Ein guselnder Haufen frisch geschlüpfter Schildkröten. Jetzt aber schnell ins Wasser. Mit ganzer Kraft quälen sich die kleinen Krabbeltiere aus dem Loch. Dann strampeln sie sich ab auf dem langen Weg zum Meer. Na, du kleine Schildkrötenbaby, du schaffst es. Hey, wartet auf mich. Juppi, die Erste hat es geschafft. Ab in die Wellen. Die kleinen Krabbeldinger sind wahnsinnig süß. Aber auch wahnsinnig verletzlich. Von 1000 Eiern erreicht nur eine Schildkröte das Erwachsenenalter. Das ist aber nicht gerade viel. Die Kleinen haben viele Feinde. Erst die Nesträuber und später Vögel, Krebse und Raubfische. Die machen alle Jagd auf die Kleinen. Aber wenn die Meeresschildkröten groß sind, sind sie dann sicher mit ihrem Panzer? Wenn sie groß sind, haben sie nur noch zwei Feinde. Den Menschen und den Tigerei. Aber ich nehme an, sie stehen unter Naturschutz. Natürlich. Es ist strengstens verboten, Meeresschildkröten zu töten. Aha, zum Glück. Du Sven, ich glaube, ich weiß jetzt alles. Ha! Stopp! Eine Frage habe ich noch. Welche? Wer war zuerst da? Landschildkröten oder Meeresschildkröten? Die Landschildkröten. Vor ungefähr 225 Millionen Jahren eroberten sie das Meer als Lebensraum. Also doch. Ich habe recht. Haha. Super. Danke Sven. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Es gibt sieben verschiedene Meeresschildkröten. Von denen ist die Lederschildkröte die größte. Die Lederschildkröte ist sogar die größte Schildkröte überhaupt. Sie ist noch größer als die an Land lebende Riesenschildkröte. Meeresschildkröten lieben es warm. Sie leben in subtropischen und tropischen Meeren. Also überall dort, wo das Wasser wärmer als 20 Grad ist. Meeresschildkröten sind perfekt an das Leben im Meer angepasst. Sie haben Flossen, einen abgeflachten, stromlinienförmigen Panzer und sie können bis zu fünf Stunden tauchen. Meeresschildkröten legen bei ihrer Nahrungssuche tausende Kilometer zurück. Zur Eierblage kommen sie immer wieder an den Strand, an dem sie geschlüpft sind. Ja, so ist das. Tüftel, ich bin jetzt Fan von Meeresschildkröten. Du glaubst nicht, wie super das aussieht, wenn sie so durchs Meer fliegen. Und, ich hatte doch recht. Recht? Womit? Damit, dass die Landschildkröten zuerst da waren. Sie haben vor 225 Millionen Jahren den Lebensraum im Meer erobert. Was? Nein. Das ist ja eine Katastrophe. Ich kann doch nichts Falsches in meinem Buch stehen lassen. Weißt du was? Sei nicht traurig. Du bist vielleicht nicht der beste Tiergelehrte. Dafür aber der weltbeste Erfinder. Findest du? Ja, finde ich. Und ich finde auch, dass du mal wieder was erfinden solltest. Dann erfinde ich eine Flüssigkeit, mit der ich die schwarze Tinte auf meinem Papier löschle. Oder ich mische einen Rubbelsand, mit dem ich die Seite sauberrubble. Oder du klebst einfach was über den Quatsch drüber. Haha, ich helfe dir dabei. Tolle Idee. Na klar. Ich hab doch immer gute Ideen.